Willkommen zur Kritik zu The Passengers, ein Film, den ich noch ins Jahr 2016 reinzurechnen habe und zu berücksichtigen habe für die Top Ten, Flop Ten dieses Jahr, die ja am Ende Januar jetzt kommen. Alle Filme, die noch ins Jahr 2016 reinzurechnen sind, die dann danach kommen, haben halt leider Pech gehabt. Aber Passengers ist ein Film, den ich zu berücksichtigen habe. Und es ist ein Film, den ich auch berücksichtigen wollte, denn es ist ein Sony-Film, mal wieder Sony. Insofern war ich gespannt, ob sie ihren Track Record an absoluten Autounfällen an Filmen jetzt vielleicht aufbessern können noch mit Passengers. Denn was dieser Film an Marketing hinter sich hatte, ich glaube, sowas habe ich noch nie gesehen. Gebe ich ganz ehrlich zu. Das war eine ganz, ganz neue Dimension für mich von, ich möchte nicht sagen, Viral Marketing. Das ist jetzt gar nicht unbedingt jetzt so die richtige Ausdrucksweise dafür, aber grundsätzlich das initiale Marketing war praktisch auf Höhe eines 250 Millionen Dollar Marvel Blockbusters. Was da schon Monate vorher an Werbung und auf YouTube und überall betrieben wurde, irre, total irre. Was mich aber noch viel, viel mehr verblüfft hatte, waren die ganzen Interviews, die man mit Chris Pratt und Jennifer Lawrence buchte. So etwas habe ich, glaube ich, noch nie gesehen. Weil ich meine, Chris Pratt und Jennifer Lawrence haben ja jetzt so per se, soweit ich das jetzt weiß, ich interessiere mich nicht für Gossip, nicht unbedingt was miteinander zu tun, sondern aufgrund dieses Events, dieses Riesenfilms, der jetzt dann kommt, noch zu Weihnachten, Bookings über Bookings an Interviews, das war der Wahnsinn. Also sowas habe ich, glaube ich, noch nie gesehen in meinem Leben. Und insofern war ich vom Marketingaspekt zu diesem Film her fasziniert. Dieser Film hat dann grauenhafte Kritikerwertungen bekommen, also ich meine richtig grauenhafte Kritikerwertungen. Die Initialenwertungen gingen irgendwie zu so 25% Metacritic oder so. Mittlerweile ist es ein bisschen, hat es sich ein bisschen relativiert und es ist besser geworden mit, ich glaube, so 45%. Aber ich habe mir gedacht, du, wow, das ist, das ist Batman vs. Superman Suicide Squad Level an, du, holy shit. Hier gibt es auf jeden Fall was drüber zu reden. Und ich denke, für mich ist der wichtigste Faktor, drüber zu reden, wie kann es sein, dass ein so relativ, ja, als belanglos unschuldiger Film, wie man ja vermuten möchte, weißt du, oh, sie wachen dann auf und müssen miteinander klarkommen und verlieben sich dann im Weltraum. Wie kann ein so schnöder Film einen dermaßenen Zorn in Kritikern erwecken? Wie, wie, wie gibt's das? Ähm, der Fall ist einfach. Die Trailer lügen euch irgendwo an. Sie lügen uns alle irgendwo an. Es ist ziemliche, ziemliche Damage Control, wie, äh, Collateral Beauty oder wie er hieß. Falls Leute von dem schon mal gehört haben, diesen Will Smith wird wahnsinnig Film, der dann so als schöne Weihnachtsgeschichte verpackt wird. Das ist ja, glaube ich, der schlechtst rezensierte Film dieses Jahr überhaupt. Ähm, Collateral Beauty oder wie er hieß. Sorry, wenn der Titel nicht stimmt. Und hier ist es ein ähnlicher Fall. Ähm, das Skript zu diesem Film oder die Idee zumindest dahinter, so dieses initiale Skript, ähm, stand jetzt, ich glaub, seit 2007 oder so auf der sogenannten, äh, Hollywood Blacklist, die offiziell ausgegeben wird als, oh mein Gott, da kommen Skripte drauf, die sind so gut, dass sich keiner daran traut, sie zu verfilmen. Was die Blacklist eigentlich ist, ist, äh, das sind, äh, das sind so hirnverbrannte Skripte, ähm, die aber als große Meisterwerke hochgefeiert werden aufgrund, ähm, entweder des Source Materials, von dem sie stammen, oder des Autos, der es verfasst hat, dass, äh, kein, äh, noch geistig gesundes Studio das verantworten will, das zu verfilmen. So funktioniert die Blacklist eigentlich, man verkauft es der Zuschauerschaft ein bisschen anders. Ähm, dieses, äh, dieses Skript oder diese Idee kommt von dieser sogenannten Blacklist, ähm, Sony hat jetzt auf Chris Pratt mal wieder gesetzt, sie sind da nicht von abzubringen, ähm, schon bei The Magnificent Seven hat es da ordentlich auf die Schnauze lassen damit, Chris Pratt war kein Box-Office-Magnet. Ähm, und so wie es aussieht bisher, ich meine, wir haben ja die endgültigen Zahlen noch nicht, aber, okay, so bisher mal, ähm, scheint es auch nicht aufzugehen mal wieder, diese Kombination. So, warum halten Leute, warum finden das Leute, warum finden Kritiker, dass Leute nicht in diesen Film reingehen sollten, dass es so eine absolute Oberkatastrophe ist? Äh, dieser Film hat die grundsätzlich initiale Idee, auch wenn sie es versuchen dann mit verschiedensten Hollywood-Plots aufzuweisen, ähm, wir folgen jetzt einem Stalker. Das ist die grundsätzliche Idee und die grundsätzliche Attitüde, der dieser Film folgt. Wir beginnen mit Chris Pratt, der alleine aufwacht, holy shit, ähm, alle Leute sind immer noch in diesem, in diesem, in diesem hypernetischen, kybernetischen Schlaf, wie auch immer ich es jetzt nennen soll, ähm, in diesem, in diesem Kälteschlaf, ähm, und, scheiße, ich bin ganz allein hier, ich habe keine Möglichkeit nach außen zu kontaktieren, weil, bis ich eine SMS abgeschickt habe, dauert es 19 Jahre, bis es auf der Erde ankommt, ähm, und 36 Jahre, bis es wieder zurückkommt, und, ähm, insofern, haben wir so eine Art von Diamazianer, okay? Und ich habe mir gedacht, es ist mit, es ist mit Comedy unterlegt und, äh, Chris Pratt stellt jetzt lustige Sachen an, die man so normalerweise nicht tun dürfte, wenn andere Leute mit dabei wären, ähm, aber er ist jetzt alleine, also deswegen darf er das jetzt, da ist, da war, jetzt darf er Schmarrn bauen, äh, und ich habe mir gedacht, okay, okay, das, ähm, ist so auch so grundsätzlich die Attitüde, die ich erwartet hatte vom Film, ebenso, es ist schon ein bisschen Drama mit dabei und wir bemitleiden die Figur schon grundsätzlich, aber, gut, okay, ähm, es ist aber trotzdem lustig, wir wollen trotzdem, dass Leute eine gute Zeit haben, und Chris Pratt habe ich grundsätzlich für zwei Dinge natürlich zu loben, äh, Chris Pratt ist an sich kein guter Schauspieler, finde ich, gebe ich jetzt ganz ehrlich zu, aber, wenn er Comedy-Bits hat, dann funktioniert er, okay, das möchte ich ihm lassen, dann funktioniert er auf jeden Fall, nicht umsonst kennen wir ihn und Leute wie Aubrey Plaza aus Parks and Recreations, ähm, er hat da Talent dafür und vor allem auch in Interviews weiß er wirklich da den Comedian zu spielen und das ist eine super Sache, als Schauspieler ist es so, lala, also, es hat mich jetzt nicht so richtig gekriegt, gebe ich zu, ähm, und der Film hat auch Probleme und das gilt auch allgemein übergreifend mit seinem Ton, äh, wir haben dann beispielsweise eine Szene, wo eben Chris Pratt oder allgemeine Sequenz, in der Chris Pratt immer wahnsinniger und wahnsinniger wird und dann, ähm, kurz davor ist, äh, praktisch den Knopf für die Druckschleusen zu drücken, um dann in das kalte Vakuum rausgesogen zu werden ohne Anzug, ähm, ähm, damit das Ganze endlich ein Ende hat, weil er jetzt schon ein Jahr hier verbracht hat und mittlerweile langsam wahnsinnig geworden ist, ähm, und sich dann entsprechend endlich dieser Sache ein Ende zu machen. Ich hab mir gedacht, cool, okay, das war auch gut, es war auch tatsächlich gut geschauspielert, das muss ich Chris Pratt auch lassen, auch wenn für den weiteren Verlauf des Films ihn dann sein schauspielisches Talent, äh, ziemlich verlassen hat, gebe ich zu. Ähm, tut mir leid für meine, äh, Wortwurbelei, wie gesagt, mir, mir, mir geht's immer noch nicht, äh, wirklich gut, ähm, aber, jetzt ist der Knackpunkt, er ist ja alleine. Was ist mit Jennifer Lawrence? Haben wir uns die Story nicht alle eigentlich so vorgestellt, dass sie gemeinsam erwachen? Nein, das ist nicht die Story. Chris Pratt entschließt sich willentlich, sich aus diesen 5000 Leuten eine rauszusuchen, die ihm ganz besonders gefällt und hadert dann mit der Frage, soll ich ihr das wirklich, soll ich ihr wirklich eigentlich ihr, ihr künftiges Leben nehmen, indem ich sie mit mir dann auf diesem seelenlosen Schiff einsperre und sie, äh, und sie praktisch erwachen lasse aus diesem jetzt noch 90-jährigen Schlaf, dessen Erwachen ich sicherlich durch, durch Altern, äh, nicht mehr miterleben werde. Und, ja, ja, und er, er sitzt dann da und er hockt sich jede Nacht neben sie und schaut sich ihre Videos an und bespricht es dann auch mit, äh, mit Martin Sheen, der, äh, dieser Bartender, ähm, ähm, wahrscheinlich ein Roboter ist und, ähm, er erzählt ihnen praktisch davon, oh Gott, soll ich das jetzt tun, soll ich ihr wirklich ihr Leben nehmen, aber ich werde ja total wahnsinnig, ähm, und der Punkt ist, Leute sehen, wohin die Reise geht. Es ist, wie gesagt, die creepy Stalker-Story. Und das ist der Punkt, warum viele Kritiker mit diesem Film nicht klargekommen sind. Ähm, es eröffnet sich diese interessante Frage, kann ein Film trotzdem gut sein, wenn wir mit der Entscheidung des Protagonisten nicht einverstanden sind. Und, ich finde das Interessante an diesem Film ist, der Film adressiert es ja. Und das ist, was für mich nicht das Problem war, interessanterweise. Äh, der Film adressiert, dass es den Protagonisten zerreißt, dass er sich wirklich initial Gedanken darüber macht, darf ich das tun? Es ist ein moralisches Dilemma, dass er sich aufheißt. Und ich sag mir, das ist okay. Es ist eine interessante Idee, wir folgen jetzt einem Stalker und die dann fast schon so Stockholm-Syndrom, ähm, Beziehung, die er jetzt halt mit dieser Frau aufbaut, ähm, das ist mir lieber als andersrum. Das ist mir lieber als die Schöne und das Biest, wo wir sagen, wir folgen jetzt, also dem, dem, dem Stockholm-Opfer. Ähm, weil das ist langweilig, weil das, das finde ich jetzt irgendwo doof und das ist fast noch mehr creepy. Ähm, ich finde es hier wesentlich interessanter, diesem Ansatz zu folgen. Hey, was ist, wenn unser Protagonist eben dieses Dilemma vor sich stehen hat? Und, ähm, das fand ich ganz interessant. Also, ich hab den Film jetzt dafür nicht unbedingt zu schelten. Worin die eigentliche Problematik liegt, ist, dass sie das, diese eigentlich interessante Idee verwurschten mit so vielen Hollywood-rudimentären Plots. Oh, er erzählt ihr natürlich nicht, dass er sie jetzt, äh, seiner Selbstwillen aus diesem Hyperschlaf geholt hat, sondern er tut so, als wäre es, äh, jetzt ein Unfall gewesen. Und sie ist wie er, aufgewacht aus, aus, aus dem, aus dem Hyperschlaf. Sorry, Babe. Ähm, das ist dumm. Weil, das ist nicht die eigentliche Frage, die sich stellt, sondern die eigentliche Frage, die man sich stellt, oder was eigentlich das Dilemma dann ist, ist, sollen wir noch weitere Leute aufwecken? Was hat Chris Pratt ihr angetan? Was tun sie sich gegenseitig an? Was, was machen sie jetzt? Sie sind die einzigen zwei Leute, oder jeweils der andere, mit dem sie interagieren können. Sollen sie trotz alledem irgendwie wieder zusammenfinden? Ähm, das sind ja die eigentlichen Problempunkte, die so schnell wie irgend möglich aus diesem Film, äh, oder katapultiert werden. Und dann eingetauscht werden für, oh nein, aber, für Lawrence Fishburne wacht jetzt auf und teilt ihnen mit, dass, äh, seine Zeit bald abgelaufen ist und, äh, jetzt Chris Pratt und, äh, Jennifer Lawrence jetzt, äh, das, das Schiff reparieren müssen, weil ich liebe immer solche Plots, dass, oh, nur weil, weil, weil diese eine kleine Sicherung in diesem, äh, Vorstadtgroßem Schiff jetzt durchgebrannt ist. Oh mein Gott, sterben wir jetzt alle? Äh, wow, schon mal, also schon mal sowas wie Failsafe gehört, liebe Ingenieure, die diese superkomplexen, äh, Hyperraumkreuzer bauen? Anscheinend nicht. Da kann irgendwie eine Leitung durchbrennen und, oh mein Gott, wir sind alle gefickt. Das ist, das ist so dumm. Und, ähm, ich hasse diese Plots. Ich hasse sie wie die Pest. Und dieser Plot macht auch locker eine Dreiviertelstunde dieses Films aus. Und natürlich, so viel Spoiler ich jetzt, Leute, natürlich überkommen dann Chris Pratt und, äh, Jennifer Lawrence ihre Probleme und, und, und alles ist wieder gut und sie lieben sich jetzt wieder und, Gott, das ist so eine Scheiße. Es, es wäre so interessant gewesen, wenn sie das tatsächlich zu einem wirklich fast teilweise schon verqueren Horrordrama, wie beispielsweise Ex Machina gemacht hätten. Diese Isolation, dieses moralische Dilemma, eventuell sogar fast schon diese, diese gottgleiche Frage darüber, sollen wir vielleicht auch noch die anderen aufwecken? Sollen wir all deren Leute Schicksal in die Waagschale schmeißen und sie jetzt auch aufwecken, vielleicht eine neue Generation zeugen und die darf dann den neuen Planeten bevölkern? Mann, das wäre interessant gewesen. Leider wird sowas nie, auch nur einmal angesprochen in diesem Film. Und es, es wäre eine interessante, weißt du, es ist im Konzept, ist es eine interessante Idee und sie haben es leider verkackt, indem sie zu viel, zu viel Tone-Shifts mit drin haben, wie ich bereits sagte. Wir haben Comedy, dann zu Drama, dann zu noch größerem Drama, dann wieder zu Comedy. Oh, aber Jennifer Lawrence und Chris Pratt verstehen sich super und sie haben so viel Spaß miteinander und das, was an seiner Seele nagt und an seinem Verstand, praktisch ihr Leben für sich zu beanspruchen, dieses Urteil über sie gefällt zu haben, wird komplett ausgeblendet über locker eine halbe Stunde lang und dann ist es wieder super Megadrama und Jennifer Lawrence haut mit einem Baseballschläger auf Chris Pratt an und denkt man, du holy shit. Und dann ist es auf einmal Standard, wir müssen jetzt den Raumkreuzer retten, Plot locker eine Dreiviertelstunde lame. Und darin liegt für mich das eigentliche Problem. Und bevor ich dem Film seine Wertung gebe, ich mag ja Jennifer Lawrence nicht. Das möchte ich zum Ende hin noch ansprechen. Teilweise muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, ist sie, man möge es mir verzeihen, eine eingebildete Tusse. Sage ich jetzt wirklich ganz ehrlich, die Frau hat sich zum absolut negativsten, was ich mir nur hätte vorstellen können, entwickelt, nachdem sie eigentlich initial eine interessante Frau war, die so ein bisschen keinen Scheiß um das System gegeben hat, was so ein bisschen wie Cara Delevingne oder wie sie heißt, also dieses Model aus Suicide Squad, die jetzt ja dann auch im nächsten Luc Bessor-Film ist, Valerian. Wie gesagt, ja Leute, das war interessant und ich hoffe, dass Cara Delevingne nicht den gleichen Weg geht wie Jennifer Lawrence, dass sie dann zu so einer, wie gesagt, ich sag's wirklich ganz ehrlich, weil es ist zum Teil wirklich ganz, ganz schlimm mit ihr, wirklich so eine Art House, auf ihre Art House-Erfolge eingebildete Pute wird. Ich hoffe, dass das nicht so schlimm wird mit ihr, aber ich gebe zu, es war bitter mit anzusehen, wie riesig das qualitative Gefälle war zwischen Chris Pratt's Schauspiel und Jennifer Lawrence's. Deswegen habe ich eben gesagt, Chris Pratt hat alleine so weit mal funktioniert, aber als dann Jennifer Lawrence kam, oh boy, es war teilweise wirklich bitter mit anzusehen. anzusehen, wie outclassed Chris Pratt war seitens Jennifer Lawrence. Ja, Jennifer Lawrence kann nur ihre eine Rolle, die Katniss Aberdeen-Rolle, aber man macht sie das gut. Also ich meine, es ist immer wieder irre, wie diese Frau von ihrem Schauspiel her tatsächlich all das Lob doch verdient hat, auch wenn ich sie persönlich nicht mag. Das war auch so ein bisschen bitter für mich, als die beiden dann zusammen waren, zu sehen, wow, hat diese Frau mehr drauf als Chris Pratt. Das ist beängstigend, das ist irgendwo beängstigend. Und ein bisschen bitter für die Chemie der beiden Figuren dann im Film. Also ich möchte Jennifer Lawrence auf jeden Fall dafür loben, vor allem dafür loben, dass sie sicherlich wusste, was für ein Quatsch der Film ist während den Dreharbeiten. Da bin ich mir absolut sicher. Und sie das komplett professionell durchgezogen hat. Das ist super. Wie gesagt, das ist professionell. Und mehr kann ich nicht erwarten, ja, von einem Schauspieler. Und das ist super. Also wie gesagt, insofern möchte ich da, wie gesagt, wirklich höchstes Lob dafür aussprechen. Ich gebe dem Film 5 von 10 Punkten. Ich finde, er war anschaubar. Er hat seine Problemchen, aber er hat ein paar Szenen, die mir wirklich im Gedächtnis geblieben sind, weil es gute Szenen waren. Und man muss wissen, ob man mit dem Stalker-Plot klarkommt. Wie gesagt, ich fand's interessant. Ich gebe's ganz ehrlich zu. Ich fand's cool, dass ein signifikanter Grad dieses Films fast schon so ein bisschen in Horrorgefälde abdriftete. Und nicht diese ursprünglich antizipierte Romantisierung hatte, die wir alle erwarteten. Das fand ich interessant und cool. Leider hat der Film mit seinem eigentlichen Ton da nicht mithalten können, sondern er hat versucht, so gut wie möglich drumherum zu arbeiten, um die eigentliche Thematik, um dann entsprechend natürlich auch einen Trailer anfertigen zu können, der uns alle hinters Licht führt. Ich gebe dem Film eine 5 von 10. Also ich finde, er war anschaubar. Er hat eine Tendenz zu einer 4 von 10 natürlich. Aber ich finde, er war anschaubar. Ich finde, man kann sich das geben. Und wie gesagt, Chris Pratt war anfangs die erste halbe Stunde zumindest interessant und Jennifer Lawrence hat dann nachträglich den Film dann noch gerettet mit ihren schauspielerischen Leistungen. Also ja, 5 von 10. Ich glaube, Leute werden jetzt eventuell vielleicht ein bisschen enttäuscht sein. Ich glaube, Leute hatten da jetzt erwartet, dass ich dem Film jetzt irgendwie ein neues Arschloch reindrehe. Nee, nee, wie gesagt, ich fand der Film... Wie gesagt, du, ich habe jetzt 20 Minuten zusammengebracht mit dem Ding. Also ich meine, wenn ein Film das schafft, ja, wenn ein Film das wirklich schafft, interessante Punkte aufzubringen, ohne jetzt, dass ich jetzt einen riesen Rant starten muss drüber, dass ich 20 Minuten vollbringe, dann ist es nicht das Schlechteste, um ganz ehrlich zu sein. Also insofern 5 von 10 Punkten. Danke, dass diejenigen, die bis hierher gekommen sind, wahrscheinlich das ganze Video gesehen haben. Sollten euch weitere Kritiken von mir interessieren, habe ich euch zumindest zwei weitere thematisch ähnliche Kritiken verlinkt. Außerdem könnt ihr über meine Kanalseite zu meinen Profilen auf Twitter und IMDb kommen. Dort erhaltet ihr Informationen up to date und könnt meine Filmwertungen verfolgen und im Archiv kramen. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video.